Hast du das allein geschafft? Nein. Ich hatte Hilfe. Davina Claire, sie hat dafür gesorgt, dass die Ahnen endgültig weg sind. Ihre letzte Tat. Dein Teil ist erledigt, jetzt kümmere ich mich um meinen. Sicher, du kannst das? Sicher, ob ich das kann? Genau deswegen habe ich doch Lucians Serum genommen, um mehr Macht zu haben als die Maikas. Marcel, es ist ein großer Unterschied, die Macht zu haben oder sie zu nutzen, um jemanden zu töten. Sie sind deine Familie. Sie waren meine Familie. Okay. Weißt du, warum ich so getan habe, als hätte ich das Serum noch nicht genommen? Ich wollte sehen, wie meine Familie reagiert. Elijah hat mich kaltblütig ermordet. Ja. Egal, was jetzt passiert, sie haben es verdient. Wissen die Menschen in New Orleans das auch? Denn ich habe Gerüchte über Vampire gehört, sie strömen zu Scharen in die Stadt. Ich habe den Eindruck, dass du unbedingt einen Krieg anfangen willst und muss wissen, was mit den unschuldigen Menschen passiert, wenn sie euch aus Versehen in die Quere kommen. Also, versprich mir das Richtige für die Leute in dieser Stadt zu tun. Das ist genau das, was ich tun werde.